Guten Morgen, Chef. Guten Morgen. Noch einmal ist es zu spät. Und Sie können hier abhauen. Tut mir leid, das nächste Mal schaffe ich das. Ups! Au! Ey! Ah! Ah! Hilfe! Ah! Ah! Hilfe! Schnell weg hier. Ah, da kommt der Bus. Kann ich in den alten Rechner gleich mitnehmen? Ey! Wollen Sie jetzt hier abhauen? Es geht gar nichts! Sie sind gekündigt! Au! Und tschüss! Jetzt brennt der Laden hier auch schon ab. Naja, ich wurde ja gekündigt.